Ich fand erst mal wirklich spannend, dass die in relativ kurzer Zeit alle einen Film gemacht haben über eben dieses Thema Nicht egal, Hass im Netz und jeder hat es anders gelöst. Also die einen haben sich hingestellt, haben wirklich Appelle an alle gerichtet, die anderen haben eine Szene nachgespielt, wie einer auch gemobbt wird, wie das auch mit sozialen Netzwerken dann zusammenhängen kann. Also jeder hat es unterschiedlich gemacht und alles war richtig. Man merkt, wie groß die Bandbreite ist, dass man eben nicht eine Sache hat und sagen kann, so können wir es lösen, sondern dass es wie im richtigen Leben an allen möglichen Stellen durchaus auch Gefahren gibt. Dass man schon sagt, wenn ich dem helfe, dann können plötzlich alle mich angreifen. Und einer hat ja so schön gesagt, in der fünften Klasse haben wir uns noch nicht getraut, einem zu helfen, der gemobbt wurde, weil wir selber noch unsicher waren. Das heißt, wir müssen alle sicherer werden, wir müssen klar sein, da stehen Leute hinter uns. Wenn wir Leute, die Hass verbreiten, auch angreifen, da brauchen wir schon eine klare Einigung.